Hallo meine Lieben, ich habe jetzt neulich auf dem Kanal von der lieben Steam Fairy und von der Fae Solanum das Minimalism Game entdeckt. Und es hat mich dann so ein paar Tage gedanklich beschäftigt und ich habe mich entschieden, es zu wagen und mitzuspielen. Vielleicht freuen sich die beiden ja auch. Schöne Grüße an dieser Stelle. Das Minimalism Game, was ist das? Das wurde, glaube ich, in einem Forum zum Leben berufen. Ich habe mich da jetzt gar nicht so mega über die Hintergründe informiert, weil ich das Spiel an sich einfach sehr interessant finde. Und es geht darum, dass man einen Monat lang ausmistet in einer bestimmten Form. Man fängt an, dass man am ersten Tag einen Gegenstand weglegt, am zweiten Tag zwei Gegenstände, am dritten Tag drei Gegenstände und so weiter. Und dann kommt man auf, was haben die gesagt, 465 Gegenstände oder sowas. Also auf jeden Fall über 400 Gegenstände. Ja, da habe ich erst mal gedacht so, wow, das ist echt viel. Und wer mein Zimmer kennt und meine Küche kennt, der weiß, ich bin ja nicht so der minimalistische Mensch. Allerdings würde mir so ein bisschen Minimalismus auch mal guttun und vor allem mal mein Zimmer entrümpeln. Ich habe hier einfach nicht so viel Platz. Ich meine, ich lebe hier auch noch mit meinen Tieren und so. Und hier ist mein Büro drin, mein Schlafen, mein Wohnen. Ja, und es ist hier ganz schön immer voll und eng und alles. Und dann dachte ich mir, ich probiere es einfach. Wenn ich es nicht schaffe, ist es ja auch kein Weinbuch. Dann werden sich bestimmt einzelne Leute aufregen drüber. Aber meine Güte, die Welt dreht sich trotzdem weiter. Aber ich werde es einfach ausprobieren und vielleicht schaffe ich es ja. Es ist halt echt komisch, wenn man sich so überlegt, so über 400 Gegenstände. Aber ich glaube, die sind schnell zusammengefunden. Ich werde es so machen, dass ich immer mal dann ein Video drehe und zeige, was so die einzelnen Tage rausgefallen ist. Ab einem bestimmten Tag wird es ja dann ziemlich viel, so spätestens ab Tag 10 eigentlich. Aber ich weiß noch nicht, wie in wie regelmäßigen Abständen ich dann die Videos mache. Also nicht jeden Tag, denke ich. Wobei, man weiß es nicht bei mir. Und ich weiß auch noch nicht, ob ich euch alle Gegenstände zeige, die ich ausmüsste. Es gibt einfach Dinge, die man besitzt, die einfach privat sind oder die man vielleicht nicht anderen Leuten zeigen will oder so. Und die würde ich dann eben auch nicht zeigen. Die würde ich dann einfach erwähnen, dass halt x private Gegenstände rausgeflogen sind. Ja, mal gucken. Also auch wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie Unterwäsche rausschmeißt oder BHs, die man nicht mehr braucht und so. Dann muss ich die nicht vor der Kamera zeigen, weil es einfach mittlerweile schon zu viele seltsame Menschen gibt, die meinen Kanal gucken. Und ja, nee. Aber das ist ja so private Sachen nicht. Es gibt aber bestimmt auch andere Sachen, wo ich einfach denke, boah, wie peinlich, dass ich sowas aufgehoben habe. Die würde ich euch auch dann zeigen. Nur wenn sie eben wirklich privat sind, dann nicht. Ich fange heute auch an. Heute ist der 7.4. bei mir. Wenn ihr das Video schaut, ist es wahrscheinlich der 8.4. oder so. Und heute ist der 7.4. Heute geht es los. Eine Sache wird entsorgt. Beziehungsweise sind eigentlich jetzt mehrere Sachen bei mir, aber es ist eine symbolische Sache. Und das stört mich halt schon ewig. Ich weiß nicht, warum ich hier so lange aufgehoben habe. Ich habe hier so einen uralten Katzenfutterkarton. Und zwar sind das hier alles so Pralinenformen aus Plastik, die ich schon ewig habe. Ja, hier zum Beispiel so Kaffeebohnenformen. Und diese haben aber auch alle schon so Spülflecken, diese Flecken und so. Und sind uralt und da ging auch die Schokoladen und alles nie so richtig super raus. Deswegen kommt diese Packung mit Pralinenformen jetzt endlich mal auf den Müll. Und damit ist auch wieder viel Raum in meiner Küche geschaffen. Ja, ich werde die auch nicht irgendjemandem anbieten, weil die halt wie gesagt auch teilweise dann auch irgendwie so gar nicht mehr richtig sauber gingen und so. Und einfach nicht gut funktionieren. Ich habe meine recht neuen Pralinenformen, die super funktionieren. Und jetzt kommt diese Packung endlich weg. Ja. Ihr könnt mir ja mal erzählen, wie ihr das so findet, diese Idee mit dem Minimalism Game. Wie es mit eurem Minimalismus steht. Ob ihr da so chaotisch seid wie ich oder ob ihr eigentlich schon sehr minimalistisch seid. Und vielleicht habt ihr ja auch Bock mitzumachen. Da würde ich mich riesig freuen, wenn ihr einen YouTube-Kanal habt, dann gerne auch mit Videos. Wenn ihr keinen habt, dann einfach so für euch. Ja, vielleicht auch immer mal in die Kommentare schreiben, wie weit ihr so seid, ob ihr noch dran geblieben seid. Und wenn ihr einen Kanal habt und auch dann Videos macht zum Minimalism Game, ja, dann gerne ab damit in die Kommentare. Der Link zu eurem Startvideo vom Minimalism Game würde ich mich total freuen und andere Leute bestimmt würde es auch interessieren. Ja, und jetzt schaue ich mal nach der Schildkröte, die macht Terror und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut!